Er hatte schon befürchtet, dass sich der OP-Termin nicht mehr verschieben lässt. Auf der einen Seite ist er froh, dass er nicht länger warten muss. Auf der anderen Seite fürchtet er sich, jetzt, wo Ärzte und Pflegekräfte am Limit sind, bis zum Umfallen arbeiten und eigentlich jeder Patient zu viel ist. Unsicher kommt er mit seiner Reisetasche und dem Packen Anmeldeformularen auf die Station. Dort herrscht Hochbetrieb. Im Stationszimmer klingelt das Telefon, an den Wänden blinken Patientenglocken auf. Zwei Schwestern laufen eilig von Zimmer zu Zimmer. Am Ende des Flures diskutiert die Visite über die letzten Patienten in dieser Runde. Da kommt eine der Schwestern auf ihn zu. Guten Morgen, wir haben Sie schon erwartet. Sie lächelt, auch wenn es im ersten Moment vielleicht gar nicht danach aussieht. Kommen Sie, ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Als er die Tasche auf dem Bett abstellt, sieht er einen bunten Umschlag auf dem Kissen liegen. Der ist für Sie, erklärt die Schwester. Ein Willkommensgruß, den haben Schulkinder aus der Umgebung gemacht. Er zieht das Papier heraus. Sterne sind darauf gemalt, eine Kerze, ein Schneemann und bunte Geschenke. Auf den vorgezeichneten Linien steht in krakeliger Schönschrift Lieber Patient, wir sind Lena, Marina und Tim aus der dritten Klasse. Wir wünschen Dir, dass Du bald gesund wirst. Die untere Ecke des Briefes ist eingefaltet. Hier haben wir einen Witz für Dich versteckt, damit Du was zum Lachen hast. Wie oft er den Brief in diesen Tagen angeschaut hat, kann er gar nicht mehr sagen. Aber jedes Mal hat er sich wieder darüber gefreut und gelacht. Für sich allein oder mit dem Bettnachbarn, den Schwestern und Ärzten. Lachen können und sei es auch nur für einen Moment. In dieser Zeit eine Wohltat für alle.